Das ist das Demokratieverständnis dieser Parteien. Und Sie da vorne mit dem Pferdeschwanz, Sie da mit dem Vollbärtchen, Sie haben mir eben Kopf abgezeigt und ich möchte, dass Sie aus dem Raum verschwinden. Hauen Sie ab! Ich schmeiße Sie raus! Sie verlassen sofort mit Ihrer Entourage diesen Saal! Wir sind die Demokraten! Ich lasse mir sowas von Ihnen nicht gefallen! Hauen Sie ab! So, ich stelle die Frage, wer will noch gehen? Wer zeigt mir diese Geste? Wer? Ich möchte es gerne sehen. Unfassbar! Weil Sie tiefer stehen. Das kann man nicht sehen. Alles kein Problem. Machen wir doch weiter. So ist das nämlich mit dem Demokratieverständnis unserer politischen Gegner. Wir rennen nicht in andere Veranstaltungen. Machen Ihr Kopf ab. Wir machen das nicht. Wir sind anständig. Wir sind ordentliche Demokraten. Hauen Sie einfach ab! Ich kotze das an! Ah, da kommt ja richtig Stimmung auf. Ja, raus! Ja! Regt ihn nicht auf! Geh nach Hause zu Mama! Geh nach Hause zu Mama und Papa, die bezahlen dir alles. Auch dein Fuck-AfD-T-Shirt. Geh mal Geld verdienen! Ja, geh mal Geld verdienen! Eure Eltern werden irgendwann auf der Straße sitzen, weil ihr nämlich für die Politiker entsteht, die die Arbeitsplätze abbauen. Aber super! Geh mal weiter demonstrieren! Lernt nichts in der Schule! Der Markt wird später entscheiden! Ihr seid alle arbeitslos! So wird es nämlich sein! Machen wir einfach weiter im Text! Vielen Dank!